Okay, da sind wir. LS19. Ich habe mich vorhin schon schön herumärgern dürfen, jetzt gibt es noch mal kurz ein bisschen eine Aufnahme, ist ja wurscht. Erstmal habe ich mich gerade eben noch herumgeärgert beim Stream, der da nicht wollte, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Zeit zum Aufnehmen noch. Was soll's, das ist dann so. Ja, und womit durfte ich mich herumärgern? Mit blödem Helfer hier. Deswegen fahre ich gerade selber. Ich glaube, selbst das wird ihm nicht reichen, weil ich habe ihm vorhin genauso mit dem Kruber vorgearbeitet. Eine ganze Bahn und er hat trotzdem eine komplette Bahn ausgelassen. Ich weiß nicht, was der für Drogen genommen hat oder was. Das ist also der Meinung, er war fertig. Was ein Arschloch. Es waren oben und unten zwei Vorgewände jeweils. Es hat ihm nicht gereicht. Das ist ein Witz, das ist echt ein schlechter Witz. Also diese Helfer im LS19, wir haben alles verbessert, wir haben so viel besser gemacht. Ihr habt nur Scheiße gebaut. Ich sage einfach mal, wie es ist, weil ich habe für das Scheißspiel bezahlt. Ich muss also nicht irgendwie mir hier mit der Meinung hinterm Berg halten, wie ein McManus oder ein Sachsen-Let's Player oder was weiß ich, wie sie alle heißen. Weil die natürlich alles bezahlt kriegen, da müssen sie natürlich ein bisschen aufpassen, was sie sagen. Muss ich nicht? Ne. Es ist absoluter Bullshit. Der Himmel, diese Änderungen, totale Scheiße. Es wird viel zu früh dunkel. Viel zu spät hell. Die Helfer machen nur noch Mist. Also, euer Spiel ist Schrott. Ganz einfach. Euer Spiel ist Müll. Hinsetzen, nochmal von vorne anfangen, besser machen. Weil das ist ein Griff ins Klo. Das habt ihr absolut nicht hingekriegt. Dann bin ich immer gespannt, wie es vom LS21 wird. Aber wie gesagt, dazu hatte ich ja schon öfter mal was gesagt. Alter, was da passiert, wenn da nichts passiert. Dann kriegt ihr nämlich ein ganz gewaltiges Problem. Okay, komme ich jetzt raus oder nicht? Ja, doch, komme ich. Okay. Das ist doch Wahnsinn, ehrlich. Ich meine, ich sehe ja kleine Fehler ein. Aber das ist ja Wahnsinn, was da für eine Scheiße passiert. Wie gesagt, der Helfer ist absolut nicht verbessert. Der ist verschlimmt, bessert. Der macht nur Müll, nur Scheißdreck macht der. Ehrlich wahr. Das ist der volle Witz. Zwei solche Vorgewände sind dann knapp 30 Meter Arbeitsbreite. Reichen ihm nicht, um zu wenden. Im LS17 kann er rückwärts fahren. Fährt er ein kurzes Stück rückwärts und wendet dann. Kriegt er hin. Schafft er hier nicht. Der fährt dann voll in den Graben rein. Oder er hört vorher auf und wendet dann schon. Auch sehr sinnvoll. Also, nee. Es tut mir leid, nee. Das ist einfach nichts, das Spiel. Es ist okay. Es ist spielbar. Ja, es macht auch manchmal ein bisschen Spaß. Aber man muss sich viel zu viel rumärgern. Das ist so viel Scheißdreck, der hier läuft, der nicht, oder andersrum, der besser gesagt nicht läuft. Nein. Nein. Nicht für ein Vollpreisspiel. Ja, okay, der Preis ist beim LS jetzt nicht so hoch wie bei einem Call of Duty. Das ist klar. Aber das Klientel soll ja auch jemand anders sein eigentlich. Es sollen auch Leute sein mit einem kleineren Geldbeutel. Deswegen macht er das ja so. Aber auch die erwarten doch, oder dürfen doch erwarten, ein Spiel, was funktioniert. Und nicht irgendwie, ja, eine Alpha. Weil eine Beta ist das ja schon gar nicht mehr. Das ist eine Alpha. Also, das ist ein Witz. Tut mir leid. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt gleich Gerste drin. Wir sind auf der Version 1.4 der Nordfriesischen Marsch. Wir haben mittlerweile auch Dinkel mit drin. Hirse, glaube ich. Luzerne, Mohn. Also, richtig geil. Ist echt cool. Gefällt mir. Gerade hier auch Luzerne. Luzerne sind Fraßklee. Ist natürlich was für die Viecher, aber gut. Egal. Und was es eben alles gibt. Also, finde ich cool. Finde ich, gefällt mir schon. Also, hier die Arbeit der Modder. Gerade hier, was Daniel oder die, ja, mal gucken, ob Mahun was macht. Weiß ich nicht. Die Großen. Also, total geil. Machen schon was. Auch hier ist Verbitten Mods oder FBM oder wie die alle heißen. Ja, FBM ist, glaube ich, Verbitten Mods. Modding Team. Also, die machen schon was. Und die machen dann auch wieder ein schönes Spiel draus. Aber Giants hat hier eine Vorlage geliefert, die ist unter aller Sau. Das funktioniert überhaupt nicht. Und da bin ich dann froh, dass ich bloß 80 Abos habe und nicht darauf achten muss, was irgendjemand von mir hält, wenn ich sage, Giants Müll von vorne anfangen. Ja, klar, das kann sich halt ein Manus oder ein Oisterpropper oder ein, ne, die können sich das nicht erlauben. Ja, so ein Pech. Oder ein Garderole oder wie sie alle heißen. Ja. Tja, Pech gehabt. Ihr müsst halt dann rumlügen, ne. Das ist dann euer Problem, nicht meins. So, den hier, ja, lasse ich mal hier stehen. Ich glaube, im Moment gibt es trotzdem keinen vernünftigen Düngeauftrag. Also lassen wir das. Ernten, Flügen, ne, danke, ich verzichte. Feld 15 Flügen ist auch so relativ groß. Nein, ich habe keinen Bock. Grubbern wäre möglich. Das ist durchaus was, ja, 7.000 gibt es hier, 7.7 für Feld 3. Das wäre sogar okay. Das Problem an der Geschichte ist, jetzt ist es schon gleich 19 Uhr. Ich bin mit meinen Sachen beschäftigt. Nö, lass mal. Ja, habe ich keine Zeit für. Allerdings lassen wir mal hier stehen. Wir können aber, damit das entlastet, das gute Stück absenken. Oh, das sieht ja vielleicht schwierig aus. Das senkst du dann voll in die Straße ab. Da hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie dargestellt wird, dass da Stützen oder was dran sind. Das wird ja hier jetzt praktisch gerade gar nicht dargestellt. Jetzt wird so getan, als ob ich da jetzt gerade in den Asphalt reinfräse. Ja, gut, okay. Das war aber, glaube ich, schon 17 Uhr, was so ist. Es ist okay, von mir aus. So, weiter. Die muss ich noch wegtunen. Ich habe noch ein bisschen Geld gemacht, dank ihm hier. Es ist durchaus möglich, fällt mir gerade auf, dass der gar nicht fertig wird mit dem Feld sehen. Müssen wir mal schauen. Es kann sein, dass er es gar nicht schafft. Ich habe ja schon eingestellt, bei den Helferkosten, dass die das, ja, dass die nicht betanken. Genau. Düngeraussaat gut auspasst. Die müssen, genau. Ich muss es nachfüllen. Ja, genau. Es verringert sich auch. Sehe ich es gerade. Ja, ich habe dann Gras noch ein bisschen Geld gemacht. Und jetzt geht es halt darum, ein bisschen aufzuräumen noch. Den Helfer fertig werden zu lassen da, mit seinem Besäen. Und dann haben wir überall Gerste, Feld 1 und Feld 2. Morgen dann, wenn es reif ist, wenn es morgen reif wird, weiß ich nicht, schau mal, gibt es den nächsten Drescher. Wie gesagt, heute werde ich ihn nicht mehr kaufen, das ist Quatsch. Den kaufen wir dann, wenn es sich lohnt. Und da ist ja noch nicht mal eine Wachstumsstufe draußen da. Also wahrscheinlich wird es morgen gar nicht fertig. Das ist umso besser. Dann habe ich morgen noch Zeit, Geld zu verdienen. Ist doch sehr schön. Das gefällt mir doch. Hey. Man muss aber ganz genau dran stehen in einer Zapfwelle, weil sonst geht es gar nicht. Naja, finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Gut. Kriegen wir da noch eine Drille rein? Ja, geht. Richtig rumparken wäre auch gut. Was steht denn da überhaupt noch? Ach, die Rückezange. Ja, ja. Die Rückezange. Wäre gut, dann unten irgendwo sich ein Stück zu kaufen, wo ich das unterstellen kann. Also unterstellen dürfte ich es ja überall. Aber es sollte dann auch mir gehören, das Grundstück. Dass ich dann sagen kann, da kommen alle Waldsachen hin. Irgendwo in der Nähe des Waldes. Jetzt ist die Frage, ist der fertig geworden? Hat er das richtig gemacht oder hat er wieder was ausgelassen? Das schauen wir uns mal an. Ja, das sieht gut aus. Anscheinend reichen die. Also drei scheinen mir jetzt zu reichen. Es ist echt ein Witz. Also es tut mir leid. Ich habe kein Verständnis. Na, weil was soll denn das? Ja, Feld 3 ist... Ach, das ist verdorrt. Aber warum? Was hast du gemacht, du Idiot? Bist du hast das nicht abgeerntet? Hier. Dinkel ist neu. Hirse, Mohn, Luzerne. Na, Roggen, Hopfen, Zwiebeln und so weiter. Das gab es ja schon mit der Version 1.3. Karotte. Ja. Cool. Passt schon. Baumwolle gibt es sogar auch auf der Nähe. Das finde ich ein bisschen hohl. Äh, was war da drin? Hafer. Wieso hast du das nicht geerntet, du Spinne? Du kannst doch Hafer ernten. Ist das ein Blödmann, echt. Ist der Wahnsinn. Ehrlich, es ist voll der Wahnsinn. Gut. Dann lassen wir den jetzt hier reindrillen. Im Prinzip könnte ich es sogar selber machen. Würde ich noch Helferkosten sparen. Mal gucken, wenn er nicht fertig wird, dann fülle ich es nach und mache den Rest selber. Aber wenn er es schafft, fertig zu werden, ist es auch egal. Dann soll er jetzt fertig machen. Ja, okay. Also da hätten ihm wahrscheinlich sogar fast zwei gereicht, zwei Vorgewände. Da kriegt er es besser hin. Mit dem Grober hat er das gar nicht hingekriegt. Was ein Penner, ey. Ehrlich wahr. Dieser Schmutz-Mod, habe ich ja schon erwähnt, der funktioniert jetzt auch ganz gut. Da muss ich wiederum sagen, top. Also wer auch immer der Modder ist, vielleicht sind es ja wirklich welche von Giants selber, ist okay, weil ich das aus dem Mod habe. Alles in Ordnung, ne? Also beim ersten Mal ging es nicht, aber jetzt funktioniert es ganz schön. Auch mit dem Gras. Wird alles richtig schön grün. Supergeil. Wie meine Schuhe, wenn ich Rasenmähen war. Zu Hause im Garten. Aber, es sieht dann zwar optisch auch kurz so aus, dass du auf der Straße was abfärbst oder in einem Hof. Aber erstmal geht es sehr schnell wieder runter. Sehr, sehr schnell. Und zweitens, ein Meter hinter dir und dann verschwindet es in Staub. Na, dann löst es sich praktisch in den grünfarbigen, im Gras jetzt, im Fall vom Gras grünfarbigen Staub auf. Ja, aber ist okay. Also ich finde es ganz witzig. Muss ich sagen, ich finde es ganz schön. Ja. Aber ja. Ich weiß nicht, ob das alles so sein muss. Und da der wird dann bald seine Schuldigkeit getan haben. Der muss nur noch auf kleinen Feldern, alle großen. Werden von anderen erledigt. Du kannst es mal absenken. Um den Arm zu entlasten. Ja. Dankeschön. Wie hockt man denn da drin? Ah ja, so. Naja dann. Das ist bequem oder was? Weiß ich nicht, ob das bequem ist. Gut. Den müsste ich ja nicht aufräumen. Ja, ich glaube, das kommt, das machen wir auch noch. Räum mal wenigstens ein wenig auf. Das ist halt die Frage, wo ich die ganzen Sachen überhaupt noch hinparken kann. Geputzt habe ich. Ja, geputzt habe ich. Also da passt die Drille sowieso nicht rein. Da können wir also den Düngerknaller da reinfahren. Jetzt können wir lachen, weil ich nämlich voll faile. Ja, und zu spät gegenlenke, genau. Aber jedes Mal zu spät. Cool. Ich habe es drauf. Nicht. Ich habe es drauf. Und das passt eben. Parken wir hier. Das hätte man jetzt sogar wirklich in der Innenansicht machen können. So. Den lassen wir, wie gesagt, hier stehen. Das ist der Waldschlepper. Dem ist das egal. So. Und dann sind wir wieder bei unserem Drille. Und da ist echt die Frage. Ja, könnte sogar fertig werden mit dem, was drin ist. Bin ich ja noch gespannt. Das Zahnrad, das soll nur die Welle antreiben, oder? Wie ist das hier? Ja. Ja. Also ich meine, was hier alles so sich bewegt und was, das finde ich alles schon ganz witzig. Ist schon okay. Ja, aber es ist halt, so generell ist das Spiel halt schon ein wenig, ja. Also, ein Verbesserungswürdiges ist eine absolute Untertreibung. Das ist Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Aber weißt du was? Ich habe eh gerade nichts anderes zu tun. Schmeiß den Helfer raus. Blöderweise, wenn man den Helfer rausschmeißt, hebt er auch immer alles gleich an und was. Das ist ein bisschen unsinnig. Aber gut. So. Da können wir nämlich gleich sogar nochmal die Drille nachtanken. Weil, ähm... Ja, und ich mache das jetzt in der Außenansicht. Es tut mir leid, ich sehe das nicht richtig. Und ich habe kein GPS. Ja. Deswegen passt schon. Ich fahre wahrscheinlich auch teilweise doppelt. Naja, geil. Dann mache ich es selber. Wenn es leer ist, kann ich nochmal nachtanken. Ist auch ganz gut vielleicht. Aber so wie ich das sehe, das wird gar nichts. Also ich glaube fast, das Saatgut reicht nicht. Dünger vielleicht, ne? Aber Saatgut? Naja gut, dann holen wir halt. Ist auch okay. So. Warum? Ich hatte doch schon. Ich muss doch nur wieder einschalten. Mein Gott. Manchmal habe ich auch nichts im Kopf irgendwie. Aber jetzt haben wir wieder ein Thema doppelt fahren, ne? Wobei das, glaube ich, im Spiel jetzt nicht viel ausmacht, weil man kein doppeltes Korn reinlegt. Er legt nur da rein, wo nichts drin ist. Deswegen verbraucht er auch nichts, wenn ich überhaupt schon was Besätes gefahre. Das ist okay. Also im Spiel zumindest war das so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich denke, es ist immer noch so. Das passt schon. Das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, also, ne. Es sind mir echt so viele Dinge, die nicht stimmen. So viel Schrott. Aber Respekt an Fat Action, an Daniel, was ja hier alles reinknallt. Jetzt warten wir halt echt einfach nur auf die Skripte. Eigentlich. Naja, gut. Ich meine, das Spiel ist jetzt noch kein halbes Jahr draußen. Es kam im November, ne? Das halbe Jahr ist erst im Ende April oder besser gesagt sogar im Mai erst rum, ne? Gebt den Leuten ein bisschen Zeit. Auf der anderen Seite haben sie halt die Skripte anscheinend diesmal sehr spät erst raus. Die haben sie das letzte Mal wohl vorher veröffentlicht. Für die Modder. Naja. Muss man uns aber ein bisschen gedulden. Und jetzt ist ja nichts. Ja, jetzt will ich das eben noch unten hier in den Acker reinballern, bevor es dunkel ist. Das ist eh wieder so ein Witz. Hier steht die Sonne. Also die ist schon da eigentlich. Die ist noch gar nicht so weit unten, aber die sinkt viel zu schnell. Also das ist wie wenn es Winter wäre. Das ist echt Bullshit, ey. Das ist totaler Bullshit. Aber na gut. Was nützt es sich darüber aufzuregen? Gar nichts. Aber es befreit halt, ne? Es ist genauso mit blöden Gästen oder blöden Kunden. Ob es jetzt Gastro ist, ob es Einzelhandel ist oder wie auch immer. Man muss sich aufregen, weil sonst frisst man alles in sich rein. Aber natürlich nicht während derjenige gerade da ist. Das bitte nicht, ne? Also halt danach ein bisschen. Ja, mein Gott. Normal. Wenn man das nicht macht, dann frisst man es rein und irgendwann geht man vielleicht daran kaputt. Das muss ja nicht sein. Das ist ja Quatsch. Also das muss echt nicht sein. Hey, was ist denn das hier? Ach ja, hier bin ich ein bisschen sehr weit weiter. Was habe ich denn da gemacht? Ja, kann sein, dass da nachher eine Lücke drin ist oder so. Also irgendwie habe ich hier ganz schön eine Scheiße zusammengefahren. Der Helfer könnte das besser. Na gut, das muss man sagen, das kann der Helfer natürlich besser. Er hält die Spur. Aber ja, ansonsten, naja, kann er nicht die Welt, ne? Darüber zu diskutieren ist dann doch etwas müßig. Aber gut, was soll's. Jo, jetzt gibt es wieder mehr Videos bei mir. Das heißt aber, LS-Gerät ist in den Hintergrund, weil dann auch wahrscheinlich ARC und Stalker wieder mehr in Videoform kommen. Auch 7 Days. LS gibt's, aber wohl nur zwei Videos pro Woche. Vielleicht drei. Mehr werden es nicht werden. Der Rest wird eben das, was aufgerufen wird. Und LS wird bei meinem Kanal nicht aufgerufen. Ich habe zwar aus der Community jede Menge Abos, aber das interessiert sie halt nicht. Oder sie haben mich abonniert und der Community wählen oder so Scherze. Also das ist natürlich Bullshit, ne? Das bringt gar nichts sowas. Aber gut. Ich glaube, dazu hatte ich auch schon öfter was gesagt. Die Videos, die ich sonst so produziere, sind dann doch andere. Jetzt habe ich wieder hochgezogen. Das ist doch Quatsch. Da werden aber auch... Also da ist die Aufrufchance auch höher als beim LS jetzt, ne? Oder so. Ist halt einfach so. Ist auch nicht schlimm. Ist ja in Ordnung. Den LS mache ich trotzdem gerne. Aber halt wie gesagt, das ist eigentlich für den Arsch. Ich könnte mir das sparen. Naja, aber so ist. So wie vorhin, da war es okay. Da ist der Stream gerade voller geworden. Und dann musste ich leider feststellen, geht nicht. Weil das Spiel zu oft Abstürze oder Schwierigkeiten gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, okay, also sorry. Ich habe jetzt keine Lust da jetzt nach einer Viertelstunde wieder reinzugehen. Und wieder reinzugehen. Vor allem, weil es eben bis alles wieder hochgefahren ist. Bis alles wieder bereit ist, hätte es eben mindestens ein Viertelstunde gedauert. Da habe ich gesagt, ne, lasst es, Leute. Tut mir leid. Es gibt das Ganze dann jetzt in Videoform. Mein Gott, was ist denn los gerade? Ja, und dann, okay, Pech gehabt. Schönen Abend gewünscht. Und bitteschön, ihr dürft es weiterhin bei mir sehen. Aber eben dann als Let's Play. Gut, gut. Ja, Dünger ist noch gut. Aber wie gesagt, Gerste, ich muss gleich, wenn ich wieder oben bin, muss ich auffüllen. Das hilft alles nichts. Also bis zum Schluss komme ich nicht durch. Ich muss einmal tanken. Also Dünger und Ding tanken. Aber an sich müsste ich tanken auch. Na, es geht. Reparieren muss ich, bevor ich in die Butze stelle. Sonst wird es noch teurer, die Unterhaltskosten. Bevor ich es eh nicht verstehe. Du reparierst, steckst da Geld rein, hast aber trotzdem pro Tag noch Unterhaltskosten für Fahrzeuge. Das kapiere ich nicht. Das ist unerklärlich. Na, also das ist ein bisschen Quatsch. Deswegen, wenn das Gerät nicht sehr kaputt ist, spare ich mir das mittlerweile auch mit dem Reparieren. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Alle zwei Tage die Geräte. Ja, und den Schlepper wirklich mal einmal am Tag, weil das dermaßen schnell kaputt geht hier. Das ist auch Quatsch natürlich. Das ist totaler Unsinn. Aber das finden sie wohl witzig so. Dass die Sachen so schnell verschleißen. Naja. Haben sie als große Neuerung angepriesen. Das ist eine ganz schöne Bullshit-Neuerung. Egal, was soll's. Ist nicht so schlimm. Es ist trotzdem ein witziges Spiel. Ich sag dir, danke fürs Reinschalten, danke fürs Zuschauen. Gerne Bewertung dalassen. Gerne auch was dazu schreiben. Was euch irgendwie dazu einfällt. Ja, wie gesagt, mir fällt dazu einfach nur ein arme Würstchen, die ihre Meinung nicht sagen dürfen. Echt, tut mir leid. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part dann, am nächsten Tag. Mal gucken, wo wir ein bisschen Geld verdienen können. Weil ich denke nicht, dass da schon Feld 1 reif wird. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas zu düngen. Weil Düngemissions sind echt cool. Die lohnen sich. Oder ein großes Feld eben, was man vielleicht irgendwie anderweitig bearbeiten kann. Wo was in Ordnung ist. Also Kartoffeln aberrten werde ich nicht. Auf Feld 16 zum Beispiel. Das ist ein bisschen zu blöd. Bis dahin. Ambie. Dies ist ein bisschen zu blöd.